Warum gehst du wählen? Ich gehe wählen, weil Menschen in anderen Ländern ihr Leben dafür geben würden und dies der wichtigste Beitrag jedes einzelnen für eine Demokratie ist. Ich gehe wählen, weil ich etwas verändern möchte. Denn wer nicht wählen geht, der hat auch kein Recht sich zu beschweren. Ich gehe wählen, weil Rassismus und Neofaschismus bei uns keinen Platz hat und unser Land weiterhin Toleranz und Vielfalt ausstrahlen soll. Ich gehe wählen, weil jugendliche Interessen in der Politik besser beachtet werden sollten. Ich gehe wählen, weil ich möchte, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und keine Menschen benachteiligt werden. Ich gehe wählen, weil es meine Pflicht als Einwohner dieses Landes ist. Ich gehe wählen, weil es mein demokratisches Grundrecht ist, welches vorherige Generationen gerade für mich als Frau erkämpft haben und dabei oft ihr Leben lassen mussten. Ich gehe wählen, weil ich Menschen in den Parlamenten sehen möchte, die für meine Interessen eintreten. Wir gehen wählen, weil Demokratie nicht anders funktioniert. Denn nicht wählen bringt auch nichts. Am 4. September sind Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch deine Stimme zählt. Auch deine Stimme zählt. Auch die Stimme zählt. Auch die Stimme zählt. Auch die Stimme zählt. Auch die Stimme zählt.